Elma Karlova eigentlich Selma Karolina Karlovak, auch bekannt unter dem Namen Elma Karlovac oder, wie in manchem Filmvorspann, Selma Karlovac, war eine jugoslawische Filmschauspielerin. Leben In Jugoslawien spielte Karlova zunächst Theater, bevor sie 1953 ihre erste Filmrolle erhielt. Der deutsche Nachkriegsfilm drehte öfter in Istrien an der Atria und dort wurde sie von Regisseur Gesa von Bolwery für den Unterhaltungsstreifen. Einmal Kar, ich wieder für die weibliche Hauptrolle ausgewählt, also setzte sie ihre Karriere in Deutschland fort. Karlova spielte in den 1950er und 1960er Jahren hauptsächlich in Musikfilmen und den seichten Komödien jener Zeit. Ihre dunkelbraunen Augen und ihr charakteristischer südländischer Akzent prädestinierten sie für die Rolle einer Liebhaberin oder Verführerin. Sie agierte aber auch in der Operettenverfilmung der Bettelstudent und in der Emmerich Kalman-Biografieverfilmung der Chadas König. Mit dem Ende des Nachkriegsfilms erhielt sie kaum noch Rollenangebote. Sie hatte dann auch mit Gewichtsproblemen und psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach einigen Abstechern zu Softpornos erhielt sie in Fassbinders Angst-Essen-Seele auf noch einmal eine ernsthafte Rolle als Frau Kargus. Nun war sie auch wieder im Fernsehen zu sehen und hatte einige Auftritte in der Tatort-Reihe. In dem bekannten Journalisten-Mehrteiler K.I.R. Royal spielte sie 1986 eine Putzfrau. Ihre letzte Ruhestätte befindet sich in Sydney. Filmografie 1949 Zastava 1953 Zyganka 1953 Obstins Gaudete 1953 Einmal Kehr ich wieder 1954 Dieses Lied bleibt bei dir 1954 1954 König der Manege 1954 Gitarren der Liebe 1954 Verliebte Leute 1955 Du bist die Richtige 1955 Der fröhliche Wanderer 1955 Zwei Herzen und ein Thron 1955 Rosenmontag 1956 1956 Studentin Helene Wilfuer 1956 1956 Der Bettelstudent 1957 Jede Nacht in einem anderen Bett 1957 Das Mädchen ohne Pyjama 1957 Gruß und Kuss vom Tegernsee 1957 1957 Eimenrausch und Edelweiß 1958 Die Grünen Teufel von Monte Cassino 1958 1958 Rivalen der Manege 1958 1958 Der Tschaders König 1959 Besuch aus heiterem Himmel 1959 Liebe verboten Heiraten erlaubt 1960 1960 Der Haufen der Verloren 1960 Schick deine Frau nicht nach Italien 1960 Gauner Serenade 1960 Die Rote Hand 1961 Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen 1961 So liebt und küsst man in Tirol 1962 Freddy und das Lied der Südsee 1962 Die Post geht ab 1963 Und wenn der ganze Schnee verbrennt 1963 Übermut im Salzkammergut 1963 Appartement Zauber 1964 Holiday in St. Tropez 1965 Ein Ferienbett mit 100 PS 1965 St. Pauli Herbert Straße 1967 1967 Brille und Bombe Bei uns liegen sie richtig 1969 Dem Täter auf der Spur 1971 Kein Geldschrank geht von selber auf Die Eddie Chapman Story 1972 König Dame Bube 1973 Junge Mädchen mögens heiß Hausfrauen noch heißer 1973 Was Schulmädchen verschweigen 1973 Auch Nenuschka zieht ihr Höschen aus 1973 Weltamtrat 1974 Angst essen Seele auf 1974 1974 Marta 1974 1974 Der kleine Doktor 1975 Mordkommission 1975 1975 Faustrecht der Freiheit 1975 Bitte keine Polizei 1976 Die Unternehmungen des Herrn Hans 1975 Frankensteins Spukschloss 1977 1977 Bollwieser 1977 Zeit der Empfindsamkeit 1978 Zwei himmlische Töchter 1978 Fedora 1978 1978 Das Einhorn 1978 Tatort Schwarze Einser 1978 Polizeiinspektion 1 1979 Der Millionenbauer 1979 Der ganz normale Wahnsinn 1979 1979 Wehe wenn Schwarzenbeck kommt 1979 Ein verrücktes Paar 1979 Die Protokolle des Herrn M 1979 Nero 1980 Berlin 1980 Berlin Alexanderplatz 1984 Agentin mit Herz 1984 Wenn ich mich fürchte 1984 Im Himmel ist die Hölle los 1986 K.I.R. Royale 1987 Wann wenn nicht jetzt 1988 Sieben auf einen Streich 1991 Herz in der Hand 1992 Tatort Keinsmale 1994 Tatort Laura Mein Engel